Da wollen wir mal gucken, was noch für ein Fall hier anfängt. Wir fangen zum Beispiel schon mal an. Weiße Schuhe und ein Mord. Da schüffelt ein Typ. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, the fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown, off Fremont Avenue. My sister's always been lucky when I'm in there. Skipper, is the new letter genuine? Now boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I wanna stop him with one minute. He's good looking for a policeman. Oh, die erzählen immer einen Quatsch über mich hier. Greetings from sunny California. I wanna stop. Oh, hier ist Crash. Police! Police! He's fine, he's fine. Wir haben aber ein anderes Wetter übrigens, ne? Mal gucken, wie weit wir fahren müssen. No, we're gonna stop. Hmm, 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 hmm. Hm, hmm, 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 hmm. Ja, wir müssen gleich abbiegen. Oh! Oh! Da, wo die Polizei rauskommt, ist wahr rein. Oh! 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 Da ist der Kopf. Und sie hier draußen war die Frau definitiv nicht in der Sequenz. Das sieht so aus, wie schon mal, wo wir schon mal waren. Ich glaube, das ist das Gefühl, die Jungs von der Examiner mit ihnen zu tun. Es ist nichts Original unter der Sonne. Warum sollte die Mörder nicht anders sein? Was haben wir so far? Nicht viel Trace-Evidence zu sprechen. Die Storm blew in Around 10.00 Uhr, und die Reine washed die meisten von ihnen weg. Und die Körper? Sie sahen aus einer Auto-Mobil aus den Tire Tracks und die Superfischung. Sie sahen mit der Länge von Rope. Und für meine Geld, es ist Triple Braid wieder. Das ist die Zeit, von der Temperatur, vielleicht 2.00 Uhr. Aber es war cold last night. Unser Head Injuries. Blunt Force Trauma. Knocken über die Hände, dann strangen und mutilaten. No Message mit diesem Satz. At least sie war left clothed. Ich glaube, dass er sehr viel mit der Dignität ist. Die Green Silt Dress ist sehr distinctive. Any sign of her other shoe? No. Und no Handbag oder andere Personal Effects. Das sieht eher nach Trittbett-Frage aus. Will ich das Geld? Hm. Ich glaube, das ist nicht für uns. Das sind aber 5 Dollar. Wir fangen mal an mit dem rechten Arten. Sieht soweit gut aus. Also. Linke Arm. Das ist eine Drei-Cleaning-Label. Superior Laundry Services F1-363. Wir haben aber nichts anderes. Okay. So, er sucht schon. Was ist das? Was hast du da gefunden? Eine Zigarettenkippe. Ich glaube nicht so. Okay. Oh, die schweben, die Schuhabdrücke. Und diesmal Stiefel. Aber welche Schuhgröße? Okay, noch keine Informationen dazu. Ich glaube, das wird uns helfen. Wir müssen uns helfen. Wir müssen uns helfen. genau und die Lupe, da kommt eine Frau im Auto Ok, sie wohnt gegenüber Sie sehen jemanden hier letzte Nacht? Nicht letzte Nacht, aber heute in der Nacht, ich sah diesen riesigen Hobo Hast du eine Description? Tall, gaunt, horribly disfigured Ich glaube, er hatte ein accident in der Krieg Er ist ein sehr schrecklich, angry Mann Any idea, wo wir ihn finden? Eine der Hobo-Kampen hier Er ist eine Art Hobo-Leader Und jetzt geht sie wieder nach Hause Vielleicht hättest du mal fragen sollen, dass der transportiert wird mit dem Auto Verdammt Ja, warum auch nicht, wahr? Ok, ich glaube, mein Telefon wimmelt Mal SMS schreiben hier Kohl Phelps, Badge 1247 How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services Just a moment Superior Laundry Services 1260 West 1st Street Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset Thanks, Ma'am Ok Ich würde mal sagen Wir stoppen uns ein Auto Ach, der lauert schon im Auto Es ist ihm zu feucht draußen So, wir fahren jetzt Erstmal zur Wäsche Wir wollen ja wissen, wer 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 das ist hier Achtung, Geronimo No message Calm down Excuse me There's no message Where? On the Vic The last body's had something written on them This one didn't I'm failing to follow Can't be the same guys when I'm sane, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others There are more factors to consider than the messages, Rusty This doesn't fit your pattern, Cole End of conversation Understand? Any century that possible 415 At Alvera Street Plaza In a day of code 3 identified Ich nehme den mal an, den Fall Vielleicht kann ich näher danach machen Ist doch die Wäscherei hier? Sieht so aus Hier Da ist er At least the rain stopped We can change back into those white bucks now Phelps and Galloway LAPD We're investigating a case And one of your laundry labels came up F-1-3-6-3 If you give me a minute I go find a register And you can take a look Haut der jetzt ab? Hoffentlich nicht Jetzt muss ich mal gucken hier Toll 1363 1363 Danke schön Okay Wir gehen hier zum Opfer Also wenn wir den Fall zwischendurch nicht weiter fortführen Kommt er nicht zustande Merke ich mir mal Ich habe ein Gefühl, dass wir einen anderen Wäscher treffen Du hast immer das Gefühl, Rusty Ja, und es ist meistens korrekt Bitte, bitte, für einmal Kannst du nicht deine Erinnerungen Ihr Detektivwerk funktionieren? Just you wait The Nordic-Type saw a particular disposition for this stuff Oh, guck mal, ein Boot Das muss ich mir mal angucken Vor allem, weil das Licht da flackert Das ist so auffällig Da ist keiner Können von hinten einbrechen Halt Abgeschlossener Toy, ey Wie soll jemand ermitteln, wenn immer abgeschlossen ist? Oh mein Gott Zwei kleine Kinder Die gucken Vatern beim Rauchen zu Na supi Hallo? Ja? Detektives Phelps and Galloway Is your wife home, sir? My wife went out last night And she hasn't come home Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place Bobby Ross's for a party She was kinda dolled up She had her green silk dress Open-toed white shoes Those are her favorite shoes Can we come in, Mr. Tarrelson? I'm afraid we have some rather bad news Da muss eigentlich schon alles klar sein Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarrelson? I've been trying to arrange a sitter Look, tell me what's happened I'm afraid your wife was murdered last night Her body was found this morning We're very sorry for your loss I know this is a difficult time, Mr. Tarrelson But we are gonna need you to answer some questions First, we're gonna take a look around What for? You don't think that... It's procedure You see to your girls Stay here till Daddy's finished talking to these men Where's Mommy? Everything's gonna be alright, sweetheart We would like Mommy to come home now, Daddy What's the problem, Tarrelson? Let him search We've got nothing to hide You wanna hear something funny, Tarrelson? Some bums think filling out a missing persons report actually rules him out as a suspect Das Bild ist runtergeklappt Was ist mit dem Bild hier? Er stellt sich auch die Frage Gab's so einen kleinen Streit Hier ist die Handtasche Hier ist nicht die Handtasche Was? Das Neue Testament? Achso, nee, das Okay, Müll Hm, das sieht aber wirklich danach aus Das ist Stammgast Irgendjemand ist da, ne? Jemand, der raucht vielleicht Essen für Irgendeine Ferienfeiertage, ne? Nochmal eine Handtasche Na, weil sie sich gestritten haben und sie ist abgehauen danach und hat dann gesoffen Ja, sie hat's nicht bei Auf dem Führerschein steht doch drauf ob sie verheiratet ist Na, Schuhgröße 8 So, jetzt könnten wir hier draußen Dinge sehen Die wir schon begutachtet haben Ich glaub, da kommen wir nicht weiter Ich guck trotzdem noch mal einmal rum Was haben wir? Okay, ich glaube, wir könnten mit ihm jetzt sprechen Ah, warte mal Wir haben ein Telefon Moment Telefon Da ist das Telefon Operator, Message für KGPL Putting you through now Phelps, 1247 How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross then send some uniforms over Would you like him picked up? No Suspect says he was with Ross last night We need to confirm the Alibi I'll get a Prow-Card dispatched Thanks Hä? Was? Aus welchen Zusammenhang kommt das jetzt gerade? For the record, Mr. Tarleton What is your wife's name? Teresa Ah, ich verwechsel das jetzt mit dem anderen Pfeil Die ist ja anders da Oh Gott Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No Everyone loved Teresa She was so full of life It can't be anyone who knew her Ach komm, ich, ich, äh Warte mal, wir, wir können Intuition einsetzen Ich schwanke zwischen, äh, äh, also nicht, Lüge geht sowieso nicht Äh, deswegen, warte mal Jeder liebte Todeszeitpunkt, Stiefelabdrücke Bugseil, Handtasches, Opfers Nee, komm, Wahrheit Oh Siehste, voll daneben Ach, das war's Das zweifeln wir mal an Okay, also normal wie es scheint Mr. Tarleton Was Teresa happy at home? Ja, I think she was Die Handtasche kann nicht der, der, der Punkt gewesen sein Wir haben aber einen Hinweis, den wir hier nicht aufgeführt haben Ich sag anzweifeln, also sprich böser Kopf Spill it, Tarleton When was the last time you saw your wife? Around 8.30 The card game at Bobby's was wrapping up I played out my hand and drove home here I paid the sitter and went to bed Wegen den Stiefeln You were out in the rain You got soap, Lars We found your wet weather gear Okay, I stayed a little later than I said This cute little brunette was hitting on me Aha Mm-hmm-hmm-hmm-hmm Ach, das ist ein Arsch Am Arsch bist du Hm, warum sind hier die Warum sind hier die Puppen draußen? Ja Wir lassen ihn einfach mal fahren Da konnte er nicht einsteigen, weil irgendein anderer ihn wegdrängeln wollte Ich glaube, der Obdachlose hat was gesehen Den befragen wir danach Gents, drink Phelps and Galloway, LAPD Ich bin Benny Clough Es ist über Theresa Taraldson? Ja, es ist Ich habe das gehört über die radio Was? Ich habe das Black Dahlia-Friek wieder Gott, verdammt Ich habe das Mannen von ihr Der Babysitter sagte er raus Wenn Sie nicht, haben wir ein paar Fragen Okay Babysitter Na, er ist ja ein bisschen später Nach Hause gekommen, hat er gesagt Okay, ich glaube, er hat nichts zu verbergen On foot, in a car, by bus, how was it? She called for a cab Did you get the number? Sure I did I like Theresa The only time she has a drink is when things aren't going so good at home I was worried about her Boy, let's take it soon better, baby What is the special of the day? Okay, Yellow Cab, 3, 5, 9, 1 Zwei Whisky auf Eis, ein Manhattan und Jim Rickley So viel ist es ja nicht Put out an APB on the cab 3, 5, 9, 1 Should be traceable Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo He wasn't here last night? I get plenty of bums in here But nothing to fit that description The likelihood is that whoever she left here with Killed her Give it up, Benny All right, two creeps were all over Promising to take her dancing You get a good look at these guys? Sure I got a good look One of them was a sailor In uniform His cap said, uh, USS Indiana And the other man? The other guy Is Richard Bates He's sitting in the back right now Red polo shirt Any idea where she was headed? Uh, nope I didn't get that Okay Okay, that's glaube ich I'm not The husband said she wanted to go dancing And she always wants to dance when she's been drinking She was trying to talk some guys and had taken her to one of the dance halls Thank you for your help, Mr. Clough We'll take you from here Hey, no problem Ach, guck mal, den kennen wir auch Ach, nicht schon wieder Bates, she just wants to talk Uh-oh Come on Gotta ride Get in and drive No time to wait, Russ I thought you were gonna leave me there Who knows what this guy will pull when he's cornered We could have a killer on our hands I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the vick in Listen, a creature of habit is your killer For some reason, they're sticklers for routine Don't go to sleep on me Get me back in close They spit our shit up, I am Hit him Clean this asshole off the world Let's end it I'll try to shoot out his tie Wish me luck Not to even be a fan got in Hit him, Cole Spin him out Spin him out, Cole The world's wet Let's make this guy wish he had to run Ram him, Cole Well, that's our All right All right, you got me I've had enough Give it up, LAPD Okay, Bates You're gonna answer some questions I have a choice in this Last night, you went drinking with a lady in the bar Now she's dead And your face is all messed up I'm in the clear on that She preferred a sailor You could lay it off on him Are we finished? Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know She was okay Drunk Pissed off at her old man Wanting to go dancing I thought I'd ply her with a few drinks And get my end away Looks like you're salty Had the same idea So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me A cheap shot After that I don't know Dot com You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole On what offense? Sexual assault Look, I was lying there on the sidewalk He flags a cab and jumps in with the broad We're taking you in, Bates How come? Just for a chat Nice private chat I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate Take him to Central He's a material witness in a murder case Find him a cozy cell Richard here knows the drill Tja, so einfach geht das So einfach geht das So, jetzt besuchen wir noch den Penner Halt Da ist ein Telefon Wo ist das Telefon? Also Hier sollte eigentlich ein Telefon sein Und nicht da hinten Auf der Karte Das ist jetzt ein anderes Telefon Cole Phelps, badge 1247 How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591 Ask dispatch to relay all sightings to car 11K No problem I'll get on the radio Are there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar I can check the reports, Detective I have a message for you from Captain Donnelly Message reads James Jessup, US Navy, Abel Seaman Has information relevant to your case Jessup is currently being detained at Central Station Ach, guck an Der will bestimmt alles den Typen, den wir gerade hatten, anhängen So, jetzt besuchen wir noch den Penner Vielleicht hat der ja noch was gesehen Ach, da ist die Telefonzelle Ach, ich Idiot Okay You know the way, you can drive And where exactly are we going? I think we ought to investigate the hobo lead Well, if you think we ought to, then I guess we ought We're always bothered For the sake of yourself, I'm a woman You're a man, you're a man, you're a man I fought, you missed my wife We're looking for a tall man with a disfigured face You know him? Huh? What? I fought in two mores, you know, son And the guy earned some peace and quiet Ah, the bum is in here We should follow the only these guys can wait Nah, 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 nah Was it for you? Calling you stupid Would be an insult to stupid people Ey, die kennen mich alle Was ist das hier? Da, komm Entschuldigung Der ist es Nö, ist er auch nicht Da jetzt nicht weiter Wahrscheinlich hier unter der Brücke Warte mal, hier ist noch ein Raum Na Ach du Gott, ist das riesig, das Camp hier Guck mal Ob hier unten ist, scheinbar keiner Doch, kann ich Aber hier ist ein Schloss Hier ist überhaupt ein Schloss An Englishman, an Irishman, an Scotsman walk into the bar The bartender looks up and says What is this? Some kind of joke? Hahaha 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 What are you liquored up? One nice thing about Icatus They don't talk about other people Grinkled was not one of the things I wanted to be when I grew up Ey, den Typ hatten wir schon mal Den hatten wir schon mal What's your beef with this guy, Phelps? Oh, I wish I could afford that That's disgusting Didn't you ever hear of germs? Okay, ich glaub Ich glaub, hier werden wir keinen finden Hier müssen wir wahrscheinlich zu einer anderen Zeit wieder kommen Möglicherweise Doch, kann ich Was ist das hier? Steckt ein Spaten Super Okay Ich glaube, hier ist nichts weiter zu finden Zumindest jetzt aktuell ist hier nichts weiter zu finden Du hast nichts zu erzählen Du nicht Die Lampe brennt nicht Ich würd sagen, mit Blick auf die Uhr Feierabend an der Stelle Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen Ähm, morgen geht's weiter mit The Last of Us Part 2 Logischerweise Ähm, und, äh, ja Ich wünsch dir gute Nacht Schlaft gut Und, äh, gesund bleiben Bis dahin Euer Firefox Und, äh, gesund bleiben Ich wünsche dir die Uhr